Was ist der Vortrag von Dietmar? Ich will eingangs, bevor ich mit meinem anfange, einen Auszug aus einem Newsletter-Mail vorlesen, den ich am 20. Januar bekommen habe, der da lautet, Wie wir alle wissen, ist die Bodenqualität auf vielen Biobetrieben, in Klammer weltweit, bereits so schlecht geworden, dass Bioprodukte oftmals nicht besser oder sogar ärmer sind als konventionell angebaute Produkte. Natürlich kommen auf Biobetrieben keine synthetischen Düngemittel und Spritzmittel zum Einsatz. Aber wenn das Bodenleben zu einseitig geworden ist, fehlt es eben auch den Bioprodukten an Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen, Spurenelementen, bioaktiven Substanzen usw. Wir sehen mit Schrecken durch mikrobiologische Untersuchungen und mithilfe der Boden- und Lebensmittelchromatographie, wie rasch die Fruchtbarkeit der Böden abnimmt und infolge die Produktqualität sinkt. Dieser Newsletter wurde mir zugesandt von Urs Hillebrandt und Urs Hillebrandt ist derjenige, bei dem ich auch schon einen Kompostierungskurs gemacht habe. Er ist derjenige, der Schwiegersohn von Lübcke und von daher über jeden Zweifel erhaben, denke ich, dass er irgendetwas dem Bio-Bereich Schaden zufügen möchte. Diese Beobachtung, die er jetzt in Worten ausgedrückt hat, haben Wittmar und ich schon länger gemacht. Ich bin als konventionelle Bäuerin, inzwischen spreche ich sehr oft von Bio-Verbänden und Dietmar hat zu mir mal gesagt, boah Ingrid, du hast ja Mut, endlich mal die Wahrheit anzusprechen. Was ist los? Warum funktioniert es nicht so, wie wir es eigentlich wollen? Vielleicht mit einigen Ausnahmen abgesehen, aber in der großen Masse. Und wenn wir in den Supermarkt einkaufen gehen, dann werden uns teilweise Zitronen angeboten, die sind grün. Also ich habe in der Schule immer gelernt, es gibt ein Zitronengelb. Warum ist das so? Vielleicht beschäftigen wir uns, ich kann hier hinschauen, die Pflanzen stärken Pflanzengesundheit und Immunsystem. Ja, und wer sich mit dieser Frage beschäftigt, der geht an einen, der stolpert sehr bald über einen Namen, John Kempf. Der heute, vielleicht 27 oder 28-jährige John Kempf, ist ein Emich-Farmer. Ich habe bisher nur ein Bild von ihm gesehen. Er ist leider auch nicht nach Europa zu bekommen, weil er per Kutsche unterwegs ist und fährt. Aber Sie können ihm die Spuren im Internet verfolgen und ich kann es Ihnen nur raten. Er hält Vorträge, High-Performance-Agriculture can increase yield six to eight times. Auf Deutsch gesagt, hochproduktive Landwirtschaft kann den Ertrag um das Sechs- bis Achtfache steigern. Und dieser Junge, und jetzt in höchster Anerkennung, ich sage immer Schnösel, in absolut höchster Anerkennung hat es vorgemacht. Und inzwischen stehen die Wissenschaftler Kopf und sagen, was war denn da? Was ist denn da? Vielleicht mal zu der Geschichte. Er ist mit 14 Jahren aus der Schule gekommen, hat dann in einem kleinen bäuerlichen Betrieb, Gemüsebaubetrieb aufgewachsen, Land, Not, wie überall. Der Vater war Landhändler nochmal, hat also Spritzmittel verkauft, hat immer die neuesten Produkte zur Verfügung gehabt. Und dieser junge 14-jährige John Kempf hatte mit 16 Jahren schon die Lizenz, um bei den benachbarten Betrieben zu spritzen. und er ist ein exakter Beobachter und ich kenne keinen, der komplizierte Verhältnisse so toll erklärt, wie er sie lebt. Sie lernen nebenbei auch wunderbar Englisch. Und ihm ist Folgendes aufgefallen. Er hat ein Feld gehabt, wo er von einem anderen Betrieb ein Stück Land nebendran pachten konnte. Er hat die Bearbeitungsrichtung gedreht, überall das Gleiche gemacht. Und es war für jeden von der Straße aus sichtbar, dass auf der Fläche, wo er vorher schon gewirtschaftet hat, wie üblich 70, 80 Prozent der kleinen Kürbisse, diese an, Candelopes und Wasser angebaut hatten, also ich glaube noch Gurken, waren mit Mehlkaube fallen. Und wie mit dem Messer abgeschnitten, die andere Fläche, die noch niemals Düngermittel und Pflanzenschutzmittel erhalten hatte, nichts. Aber was ihn total den Schlaf geraubt hatte, war die Beobachtung, dass wir wissen alle, Kürbisse wandern, wachsen und halten sich nicht an Grenzen. Die kranken Pflanzen sind in den gesunden Bestand hineingewachsen und die gesunden Pflanzen in den kranken Bestand und haben sich nicht angesteckt. Und da hat er Kontakt aufgenommen, zu den Unis und ist zu den Pflanzenpsychologen und hat gesagt, was ist da los? Und hat sich wirklich zwei Jahre lang durch die Bücher gewühlt, hat mit allen Kontakt aufgenommen. Er ist nämlich zwar nur mit Pferd und Kutsche unterwegs, aber im Internet sehr präsent und ich habe schon das Vergnügen gehabt, mehreren Webinaren bei ihm, praktisch an mehreren Webinaren teilnehmen zu können. Er sagt, wenn wir die Pflanze gesund ernähren, dann können wir in einer Geschwindigkeit den Boden wieder aufbauen, das einmalig ist. Gut. Er war innerhalb von zwei Jahren, war sein Betrieb praktisch regeneriert. Das ist natürlich aufgefallen. Die benachbarten Landwirte sind gekommen, wollten von ihm wissen, was er da gemacht hat und irgendwann hat sein Vater gesagt, also entweder du lässt das Ganze jetzt und konzentrierst dich auf deine Arbeit, so wie halt die Bauern sind, oder du machst ein Geschäft daraus. Und das war die Grundsteinlegung seiner Firma und inzwischen ist mit in dieser Firma der ehemalige Manager von Madonna. Und es ist ein, ja, ein Unternehmen, die über 10.000 Landwirte betreuen, beraten. Und wenn Sie die Größenverhältnisse in den USA kennen, dann, wir hatten ja gestern die Aufstellung mit den Hektarzahlen, ich glaube, wenn er einen Betrieb dort berät, sind das mehr Hektar im Raum, als wir hier versammeln. Also nichts gegen die Sammeln. Gut, ich bin auf ihn gestoßen und das hat mich elektrisiert. Und diese Gedanken, die er hatte, haben Dietmar, Friedrich und ich quasi mit dem Wissen, was wir schon hatten, zusammengebracht. Und das ist im Grunde genommen die Grundlage dessen, worauf die Bodenkurse beruhen. Und diese Grundlage möchte ich Ihnen heute beibringen. Es ist alles sehr stark vereinfacht. Dahinter, glauben Sie mir, besteht eine riesige wissenschaftliche belegte Untersuchung, die es alle schon gibt. Das Wissen ist alles da. Nur meistens ist dieses Wissen in den biologischen Abteilungen gemacht worden. Und dieser Weg zwischen der Biologie und der Landwirtschaft, den landwirtschaftlichen Fakultäten, diese Brücke, ich weiß nicht, ob sie existiert, die gilt es wieder zu reaktivieren oder zu bauen. Grundlage alles Lebens, die wichtigste, ja, die wichtigste Reaktion auf unserer Erde ist die Photosynthese. Die Photosynthese ermöglicht, dass wir angezogen sind. Die Photosynthese ermöglicht, dass wir nicht auf dem Boden sitzen, sondern auf Stühlen, die aus Holz sind, weil Holz auch nur durch die Photosynthese funktioniert. Der Sepp Braun hat vorher gesagt, der Mais, der hat ja immer so einen negativen Touch. Aber das sind jetzt Zahlen von dem Wurzelatlas. Das sind keine Zahlen, die ich untersucht habe. Das können Sie mir glauben. Dazu bin ich nicht in der Lage. Ein Mais scheidet in der Saison 1.000 Kubikmeter Wurzel-Exudate über die Wurzeln aus. Und das ist der Weg des Humusaufbaus, weil damit die Mikro-Nährstoffe, die Mikrobiologie im Boden ernährt wird. 1.000 Kubikmeter, wie groß ist der Raum hier? 200 Quadratmeter. Das würde bedeuten, wir haben hier in diesem Raum 20 IBC-Container. Nur damit wir die Dimension sehen. Das können wir als Landwirte mit keinen Hängern auf das Feld bringen. Und das ist das, was hier, er könnte seine Regenwürmer ohne die Photosynthese nicht ernähren. Er würde es gar nicht schaffen, das hinzubringen. Was ist die Gleichung? Das haben wir mal alle gelernt. 6CO2-6H2O gibt C6H12O6. Das ist ein einfaches Zuckermolekül. Das ist Kluskose. Nebenbei haben wir Sauerstoff. Was braucht die Pflanze dazu? Sie braucht, wie das oben in der Gleichung steht, sie braucht Wasser. Das muss nicht immer das Wasser aus dem Grund, also von oben sein, sondern wer mal auf den Kanaren war, weiß, es gibt auch Pflanzen, die an Tränen wachsen. Aber wir brauchen die Sonnenenergie. und wir brauchen um diese einfachen Zucker, was ja ein bisschen schwappelig ist im Grunde genommen dann Glucose, um das zu langkettigen Kohlenhydraten umzubauen. Und langkettige Kohlenhydrate sind eben Zellulose, Hemizellulose, sind Stärke. brauchen wir Reaktionen in der Pflanze, die von Enzymen gesteuert werden. Und damit die Enzyme überhaupt funktionieren, ist die Natur, die Pflanze hat das so geregelt, dass sie einen Enzymblock hat und setzt dann Koenzymfaktoren dran. Und diese Koenzymfaktoren sind die unterschiedlichsten Mineralien. Also wenn diese Mineralien nicht da sind, dann ist die Pflanze nicht in der Lage, langkettige Kohlenhydrate zu bilden und das ist das Fundament überhaupt der Pflanzengesundheit. Die Bildung von langkettigen vollständigen Kohlenhydrate und das müssen sich so vorstellen, die Natur zerlegt nicht immer alles wieder in jeder Zelle in Ionen, sondern die setzt, wenn sie ein Zuckermolekül hat, setzt sie das nächste dran und das nächste und das nächste und verbaut es in die unterschiedlichsten Richtungen, das sind dann die langkettigen vollständigen Kohlenhydrate und wenn wir hier nicht die ausreichende Versorgung mit Koenzymen haben, sprich mit Mineralien, Spurenelemente sind hier entscheidend, weil die machen die unterschiedlichen Enzyme aus, dann kann die Pflanze das nicht bilden und dann haben wir als Landwirte Probleme mit Alternaria mit Fusarium mit allen bodenbürtigen Pilzen die im Grunde genommen saprophittisch wirken das heißt die sind wichtig im Boden die bauen nämlich das Todesmaterial ab um das heißt die Pflanzen werden nur dann geschädigt und angegriffen durch Fusarium Alternaria wenn hier etwas nicht funktioniert oder wenn natürlich nicht genug Sonneneinstrahlung sie wissen alle wenn sie die Pflanze in den Keller stellen und die Sonne nicht dran kann geht es ihr auch nicht so gut der nächste Schritt ist und das ist wirklich die vereinfachtste Stufe jetzt wenn Stickstoff angelagert wird an diese komplexen Zuckermoleküle Kohlenhydratmoleküle dann haben wir einfache Aminosäuren und das ist jetzt wieder genau der gleiche Prozess wenn aus den löslichen Aminosäuren Enzyme die richtigen Enzyme vorhanden sind Übersporenelemente Mikrosporenelemente nur dann können Peptide gebaut werden und aus den verschiedensten Peptiden werden dann hochkomplexe Eiweißverbindungen gebaut hierzu sind hunderte von Enzymen nötig das heißt es ist immer wieder ein und derselbe Enzymblock mit einem Co-Faktor das heißt je nachdem Molybden Cobalt Nickel Germanium Iytrium und was wir alles das ganze Periodensystem und wenn wir hier einen Mangel haben dann kann die Pflanze die löslichen Aminosäuren nicht in Peptide oder hochwertige Eiweißverbindungen umwandeln so und dann haben wir das Problem dass dann die Pflanze vielleicht weil bestimmt weil der Schwefel fehlt Schwefel ist wichtig für die Eiweißverbindung Sie wissen um Eiweiße aufzubauen brauche ich Schwefel die Pflanze auch wenn ich zu viel Stickstoff gebe dann ist zu viel Nitrat in der Pflanze dann kann die Pflanze nicht ausreichend im ausgewogenen Verhältnis Peptide und Eiweiße aufbauen weil die Kofaktoren nicht da sind die Substanzen können nicht gebildet werden dann kommt es zu einem Assimilatestau in den Leitungsbahnen weil die Sonne scheint weiter es ist genug Wasser da das heißt die Produktion der Photosynthese geht weiter was passiert die Pflanze wenn die zu viel Nitrat drin hat die ja die wird größer ja so die nimmt zu aber es muss Wasser einlagern und die Pflanze tut über Ausscheidungen über die Zwischenwände versucht sie den Druck los zu werden und da kommen dann die Blattläuse die Blattläuse Insekten haben einen hohen Bedarf an Aminosäuren an löslichen Aminosäuren und die Insekten verschwinden wenn sie rechtzeitig mit einer ausgewogenen eben das was im Mangel ist Blattdüngung kommen dann kann die Pflanze diesen Assimilatestau in den Leitungsbahnen wieder auflösen und die Pflanze kann weiter wachsen sie ersparen der Pflanze Stress das hat Franzis Schabuzot beschrieben dieser Effekt ihm ist nämlich aufgefallen dass Pernospira im Winger recht gut mit der Bordeaux Brühe das ist ein Kupfersulfat Kalkbrühe bekämpfbar ist aber wenn ich Pernospira auf eine Petrischale isoliere den Pilz ja dann macht der nichts wenn ich da Kupfersulfat also die Bordeaux Brühe drauf tue dann kann ich den höchstens ersticken ersaufen ertränken aber der tut nichts und hat gesagt ja was ist denn da los warum denn nicht und hat dann festgestellt dass die Pflanze einen latenten Kupfermangel hat und dadurch diese Enzyme nicht funktionieren es kommt zu einem Stau in den Leitungsbahnen und wenn der Bauer rechtzeitig mit dem fehlenden Kupfer kommt geht es weiter wenn die Pflanze gesund ernährt wird dann speichert sie die Energie in Lipide das ist ein ganz entscheidender Faktor deshalb sprühen sie bekommen sie in den Blumengeschäften immer Blattglanz drauf gesprüht gesunde Pflanzen erkennen sie an den Lipiden nämlich die Pflanzen investieren in ihre Zukunft und von diesem Stadium an werden nicht nur die Lipide auf den Blattoberflächen gespeichert wodurch sie dann gegen luftbürtige Erreger resistent sind in der vorherigen Stufe sind wir gegen einfache Insekten resistent weil die keine Verdauungsenzyme haben um komplexe Eiweiße umzubauen aber hier bei den Lipiden ist es so dass dann auch Lipide über die Wurzeln abgegeben werden 85% aller Krankheitsursachen ist eine mangelnde Bohr- und Calciumversorgung in der Jugendzeit und hier ab der Fruchtreife wenn die Pflanzen schwanger werden das können sich vielleicht besser merken dann ändert sich das Kalium und Phosphor ist hier entscheidend aber bitte deshalb ist wenn sie ihre Bäume gesund erhalten wollen die effektivste Möglichkeit ist das Kalken das man früher gemacht hat an den Stämmen und eine Calcium Spritzung direkt nach der Bestäubung in der Zeit der Blatt Teilung Calcium und Kalium sind Antagonisten wenn ich zu viel Kalium habe kann ich kein Calcium aufnehmen deshalb strahlende Bauern die finden sie wenn ihnen die Bauern entgegen strahlen die stehen in strahlenden Feldern das sehen sie merken sie sich ihr Erfolg ist immer eine effiziente Photosynthese Sonnenlicht ist der Treibstoff den wir kostenlos bekommen und der Motor ist die Photosynthese aber die Nährstoff Versorgung ist der Schlüssel dazu wenn sie sagen das betrifft mich nicht natürlich spritzen sie nicht also wir auch in unserem Betrieb schon ewig nicht aber es gab 900 Regenbrogen wurden in Amerika genommen aus den entlegensten Gebieten es gab nicht eine die Glyphosat Freiber treten sie in den Dialog mit der Pflanze den jungen Herren werden sie gleich noch erleben und messen sie geht's denen Pflanzen gut oder nicht es gibt inzwischen Pflanzensaft Messgeräte das ist seine Arbeit von Bruce Canio aus den 70er Jahren schon der festgestellt hat der pH Wert des Plattsaftes gibt uns Auskunft darüber ob eine Pflanze gefährdet ist oder nicht ja und aus den Lepiden werden dann ätherische Öle gewonnen und das ist dann Nahrung als Medizin deshalb sind gute Produkte die riechen Qualität lässt sich messen sie können es mit Refraktometer messen das ist halt ich für eins der entscheidendsten Geräte überhaupt oder seit einer Woche gibt es ein Gerät das in Verbindung mit dem Handy direkt an dieses Obst gehalten ihnen Auskunft gibt über die Qualität das beruht auf Tabellen von Carrie Riems ich muss mich sputen ich will ihnen nur mal zeigen links organische Blaubeeren die hatten 12 bis 14 Pricks das war Durchschnitt und die high nutrition hoch nährstoffreiche Nahrung schauen sich selen selen ist nach neueren untersuchungen ein ganz entscheidendes element das allen krebspatienten fehlt drücke ich mich so aus ganz neutral lithium entscheidend für die psychische gesundheit depression und was noch schizophrenie der Weg des Humus aufbaus geht erst über die Bakterien mineralisieren je mehr Exodate da sind umso mehr Nährstoffe werden gelöst und ab dem Lipide auch über die Wurzeln abgegeben werden können die Bakterien nicht mehr ran dann tritt die pilzliche Humifizierung an es gibt zwei unterschiedliche Prozesse und deshalb wenn sie Humus aufbauen wollen bringen sie ihre Bestände zum Glänzen und es gibt inzwischen die ersten Berichte dass sie mit Erdbeeren auf Unterfolie super ernährt innerhalb von einem Jahr 1% Humus aufgebaut wurde das ist der Weg Lipide werden zu Humus umgebaut und der Humus ist kein Selbstzweck sondern es ist die Reserve der Pflanze um eventuelle Stresssituationen zu überspringen und Überweidung hat nichts aber auch gar nichts mit der Anzahl der Tiere auf einer Fläche zu tun sondern Überweidung tritt dann an wenn ein Grasbuschen nicht mehr genug Zeit hat genügend Reserve Stoffe im Boden zu lagern und ständig in Australien werden inzwischen die Landwirte dafür bezahlt dass sie CO2 über Humus Aufbau im Boden speichern und sie sehen es ist etwas schlecht zu sehen aber sie finden ganz tolle Informationen im Netz das ist so erfolgreich dass die Bauern die Spitzenbetriebe bis zu 500 Dollar pro Jahr und Hektar finanziert über CO2 Zertifikate bezahlt bekommen deshalb meine Botschaft hier lasst uns Nahrung als Medizin anbauen messen wir welche Qualität wir haben und dann können wir egal was wir anbauen bei laufender Produktion unseren Boden wieder besser machen ja danke herzlichen Dank das war für mich auch wirklich sehr interessant und es war sozusagen auch ein gewünschter Effekt wir haben einen Betrieb kennengelernt jetzt begehen wir uns in Chemie und in Tätische Zusammenarbeit hinein und genau diese Vielfalt der Blickrichtung ist eigentlich das was ich sozusagen wünsche wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit um Fragen zu stellen und würde ich auch gerne wieder mit Verständnis fragen schau mal wie der Sepp Braun denkt und der denkt jetzt schon was er im Betrieb machen kann und ich garantiere der nächstes Jahr erzählt er wie er es umgesetzt hat schau wir mal ja genau mal einmal schauen ich würde sozusagen einmal die Runde machen genau hier vorne bitte ich möchte euch bitten genauen Namen zu nennen und dann einmal kurz sagen die Fragen zu formulieren das heißt Brigitta und meine Frage wäre ganz am Anfang war ein Bild mit dem Englischmann da war gesunder Mensch weil gesunder Boden wie kann ihr das verstehen also es ist einfach so wir wissen ein gesunder Ausgang ist oder das was wir immer lernen ein gesunder Boden produziert gesunde Pflanzen produziert gesunde Menschen und ich sage wenn sie dieses Buch von Western Price gehört haben und ich habe ihnen ja nur mal eine Andeutung dass Lithium bei den psychischen Erkrankungen eine Rolle spielt dann können sie auch verstehen dass gesunde Menschen besser denken können und dann kommen die auf Ideen und können beobachten aber was das Tolle an John Kempf ist er hat gesagt wir können mit der Biologie wenn wir die dahinter liegenden Prozesse erkennen können wir quasi innerhalb kurzer Zeit die Böden wieder regenerieren und ich sage überall ohne wissenschaftlicher Beweis behaupte ich dass unsere deutschen und europäischen Landwirte zwischen dem linken Ohr und dem rechten Ohr genauso viel Krebs haben wie die australischen Kollegen helfen sie mir dass wir hierzu keine wissenschaftliche Untersuchung brauchen ja mein Name ist Martin ich hätte jetzt ungefähr 30 ich hätte jetzt ungefähr 30 Fragen ich meine der Sett Braun wahrscheinlich auch aber ich glaube die entscheidende Frage ist wo können wir mal den ganzen Tag mit Ihnen diskutieren oder einfach weil man muss da in die Tiefe gehen ja vieles gibt was aufschreiben aber es sind viele wichtige Impulse aber es wäre total schade wenn man das nicht vielleicht dazu natürlich kann man mich auch oder zusammen mit Dietmar Neser und Friedrich Wenz als Blog buchen oder ich sage mal wer Dietmar und Friedrich hat der hat irgendwo ganz so im Untergrund auch mich immer mal dabei Friedrich und Dietmar die gucken dann immer was ist schon möglich dass wir das rüber bringen und der Dietmar macht ihn ganz schwer also die beiden machen eigentlich einen ganz schweren Job das so runter zu brechen nochmal damit es vermutbar ist was wir machen wollen wo ist der Heine da ganz da hinten sitzt er für Dietmar ist letztes Jahr 100.000 Kilometer gefahren das ist Raubbau wie du so schön gesagt hat das geht nicht und die wir wollen versuchen dass wir oder wir sind dabei eine Art Webinar aufzubauen weil die Australier machen das auch die haben die Schulen die entlegenen Farmkinder oder sowas werden übers Netz unterrichtet das wäre das wo ich euch bitte helft mit dass wir ein Webinar aufbauen dass wir erstmal also unser mein Gedanke ist immer diese Da Vinci Brücke jeder von uns hat ein Wissen der eine hat ein langes schmales Brett als Wissen der anderen dickes kurze aber die Da Vinci Brücke damit ist Hannibal über die Alten und wir stehen vorm Abgrund aber keiner hat so eine tragfähige Brücke in der Hinterhand dass wir alle da drüber kommen aber wenn wir unser Wissen zusammen werfen und das geschickt verweben dann kommen wir rüber und bitte wir sind keine Gurus sondern wir brauchen Leute die mitdenken die das weiterentwickeln die ihr wissen dass sie in jahrelanger Arbeit gesammelt haben mit rein und das ist da an der Stelle können wir noch das und plötzlich wird aus dieser Da Vinci Brücke die am Anfang noch ziemlich viele Löcher hat eine richtig stabile und das hilft mit wir brauchen Internet Experten wir brauchen Übersetzer die also jeder kann mithelfen es gibt so tolle Informationen teilweise in Englisch in Spanisch in Französisch und das dann runterbrechen so dass es ein Landwirt der nach 14 Stunden Arbeit das auch noch so kapieren kann und nicht vor lauter Müdigkeit einschläft da ist beteiligen möchte sich bitte bei mir melden wir arbeiten zusammen und das Konzept ist dabei jetzt Inhalt Genau, Heiner, Heiner Kultz. Hast du ein Schildchen, dass die Leute nicht auch... Ja, es gibt hier die grünen Schildchen, damit ihr auch gut erkennbar bleibt. Gibt es noch Verständnisfragen vielleicht? Gibt es noch andere Fragen, die darüber hinausführen? Ich habe so ein bisschen eine philosophisch, vielleicht auch spekulative Frage. Mir fällt einfach auf, dass ihr Pioniere Empathie habt, also für die Pflanzen, dass ihr euch reindenken könnt. Irgendwie kann es sein, dass das eine entscheidende Kraft ist, diese Bindungsfähigkeit, so der Aufbau einer Beziehung. Also die Monokulturen zeichnen sich ja aus durch Bindungslosigkeit. Und was wir, glaube ich, brauchen, ist einfach wieder ganz viele Beziehungen. Was meinst du dazu? Also, vielleicht darf ich nochmal das Bild von dem hier. Das ist ein ganz konventioneller Landwirt. Der hat Bauzeit 15 Jahren Erdbeeren an und wie ich ihn im Sommer besucht habe, er war immer offen für mich, was ich da an verrückten Ideen hatte. Und wie ich ihn besucht habe, bin ich da hingefahren und habe gedacht, was ist denn da los? Der Bestand hat gestrahlt. Und der Klaus kam mir entgegen und hat gesagt, Ingrid, diesmal habe ich alles richtig gemacht. Also, er hat als erstes den Berater gewechselt. Der Berater hat ihm als erstes gesagt, Calciumversorgung ist am Anfang wichtig und hat ihn mitgeführt. Und das Schönste war, wie ich, und er hat mir gezeigt, die Erdbeeren hier, normalerweise hätte er schon längst die Ernte wieder einstellen müssen. Aber da waren noch wirklich tolle, schmackhafte Früchte dran. Aber der schönste Satz war, als wir uns verabschiedet haben, bin ich zum Auto gegangen, hat er gesagt, Ingrid, siehst du was? Fehlt dir was auf? Und dann habe ich gesagt, was denn? Und ich sagte, du, die Pflanzen schreien. Die sagen mir, sie haben Durst. Siehst du, wie die Blätter sich so langsam stellen? Ich stelle jetzt gerade mal die Tröpfchenbewässerung an. Das können wir lernen anhand dieser Messinstrumente. Geschmack kann sich nur an guter Qualität trainieren lassen. Das heißt, ja, es stimmt, das hat mein Vorredner gesagt. Wir müssen die Sprache der Pflanzen verstehen. Das heißt, irgendwann einmal trete ich in einen Bestand rein, wo ich die Kultur sehr gut kenne und ich spüre, da ist was nicht in Ordnung. Und ich kenne die Zeichen, die Pflanzen sprechen mit uns über bestimmte Kennzeichen. Wenn ich die kenne, dann fällt es mir leicht und dann kann ich testen. Aber das ist jetzt wirklich, das hört sich etwas esoterisch an. Aber es kann gelernt werden und da gibt es tatsächlich inzwischen neuere Untersuchungsmethoden. Und das sind Werkzeuge, die wir nutzen sollten. Und auf die bin ich auch tatsächlich selber gespannt.